ja komm du kannst direkt mit hier nur eine münze hier kommen auch noch zwei wo hast du die denn aufgetrieben danke rechts habe ich bestimmt viele münzen sehr sehr viele ich zwei bauarbeiter ach so für die katapulte brauche ich wohl bauarbeiter deshalb habe ich so weniger gehabt ok jetzt habe ich kapiert ja wo rennt ihr denn hin freunde er war wohl nichts hier bitte die mauer aufrichten weil ich wurde hier angegriffen und habe ein bisschen schaden bekommen wie man sehen kann hallo freunde viele münzen viele münzen das ist gut der reparierte das geht doch oder dauert aber echt lange bis der ankommt hier mit dem katapult da ist er ja endlich ein bisschen verstärkung gut 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 so das können wir glaube ich auch noch mal ausbauen ja und dann ist rechts eigentlich alles okay so ein paar ritter werden jetzt auch nicht schlecht und dann können wir uns eigentlich auch direkt konzentrieren da ein portal zu zerstören und unser schiff zu bauen damit wir wieder auf die nächste insel können ich glaube links ist nicht so wichtig wir müssen hier nach rechts okay hier du kannst mit ja wo geht denn unser riechen hin direkt in den tod links rechts er weiß nicht wohin ja geht doch so bogenschützen sind immer gut noch ein paar ja komm können wir das nochmal ausbauen jetzt ich weiß nicht ob wir genug münzen haben haben wir super 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 ja hier schon wieder der typ dann gib mal unser geld her ne hier kannst du ein paar münzen haben habt ihr was für mich habt ihr was für mich habt ihr was für mich ja wir können hier eigentlich auch mal anfangen langsam das können wir auch ausbauen wir brauchen ein paar münzen ja hat er nicht viel arbeiten können hier wollt ihr arbeiten bitteschön nehm bohren mal schauen ob die uns von hier angreifen scheint wohl nicht der fall zu sein doch 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 war ich zu voreilig ja und wieder geschafft das geht doch einfach das geht doch ne okay müssen wir mal ein paar Leute rekruten hier so du kannst auch mit jetzt habe ich aber kein Geld mehr und keine Ausdauer mehr ja ne münze was machst du denn da ganz alleine im wald hast du dich verirrt komm ich nehme dich mit nur drei münzen sogar so jetzt haben wir wieder Ausdauer endlich habt ihr was für mich kein Geld was soll das denn boah das kann doch nicht wahr sein was macht ihr denn hier kann ich das noch mehr ausbauen das scheint so komm mit freund du auch ja ja ich lerne nicht von meinen Fehlern es regnet ja da muss doch das Getreide schneller wachsen ich glaube zwei reichen hier oben erstmal habt ihr was? ja eine Münze und du? auch da 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 jetzt 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 kommt alles schade dass wir das nicht nochmal ausbauen können links müssen wir ein bisschen stabiler haben noch ein paar Mauern wohin Rähchen? hat dich jemand angegriffen? scheint so so schauen wir mal hast du was für uns? er hat er tatsächlich so hier können wir aussparen hier auch aber wir machen erstmal das hier einmal das dann ein paar Münzen och ne hab ich das falsch gebohrt kann doch nicht wahr sein das hier wollten wir machen naja egal ein paar Münzen für uns danke ja wollt ihr nicht zurück es ist schon dunkel was macht ihr denn hier? oh oh was war das? hat sich das total geöffnet? komm nochmal ich hab irgendwie Schiss bekommen jetzt ja die kommen alle zurück hm wenn ich das rechtzeitig schaff weiß ich nicht aber ok schneller bauen Leute schneller schneller bauen es ist roter Vollmond und 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 schaffe ich es rechtzeitig? weiß nicht komm 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 schnell 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 schneller Leute schneller super 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 jawoll jawoll sind die alle platt habt ihr das gesehen? so macht man das so macht man das saubere Arbeit so schau ich jetzt mal ob das Portal schon geschlossen ist weil links gibt es ja auch ein paar Leute zu rekrutieren hallo Leute seid ihr da? hm ich weiß nicht wie können wir das auch nutzen? für wie viele Tage hält das denn an? können wir wie können wir unsere Leute glaube ich buffen? versuche ich einfach mal 1, 2, 3, 4 tada ja unsere Bogenschützen sind jetzt etwas stärker ich weiß nicht wie viele Tage das anhält aber für ein paar sollte es glaube ich reichen so das ist jetzt geschlossen da wir ja blutigen Vollmond hatten und deshalb können wir ein paar Leute rekrutieren gehen hallo willst du arbeiten für uns? und du auch? komm ich nehme euch mit keine Angst ihr habt genug Zeit um zurück zu laufen das Portal ist geschlossen ich weiß nicht ob es sich lohnt ob wir jetzt links angreifen sollen mit Bogenschützen ich glaube eher nicht weil wir müssen hier nach rechts bauen wir einfach mal unser Schiff weiter aus damit wir diese Insel verlassen können ich weiß nicht ob wir dafür erstmal das Portal rechts zerstören müssen ich versuche einfach mal irgendwann wenn ich genug Leute habe ich glaube immer wenn Musik da ist so fröhliche Musik werden wir nicht angegriffen die Nacht friss bisschen komm habt ihr was für mich? nix? schade so viele Leute ihr habt nix für mich immer nur was können wir mal machen hier? ich glaube wir machen erstmal hier was so ein noch ein schade reicht nicht reicht nicht ganz gut dann machen wir noch ein paar Bogenschützen die sind immer gut zu gebrauchen bis der da ankommt der Retter vergehen ein paar Nichte da habe ich jetzt nicht genug Geld siehste siehste ich weiß nicht ich weiß nicht ob sich das jetzt lohnt ich warte mal bis es wieder Tag ist wenn ich jetzt nicht glaube ich angegriffen werde das ist ja die Nacht nach dem Vollmond ne komm schnell zurück schnell zurück ja ich glaube nicht dass sie angegriffen werden obwohl dann könnten wir das eigentlich weiter ausbauen was lohnt sich dann ja machen wir einfach mal es kommt hier keiner so jetzt sputet es sich oh schau mal hier Kohle 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 ohne Ende ja Mode ist schon wieder runter gleich haben wir wieder Tag okay dann gehen wir wieder zurück und jetzt können wir auch weiter ausbauen links ist ja nicht schlecht wenn wir hier was machen könnten ja geht aber leider nicht und ich möchte nicht auf diesen Posten da verzichten ich weiß nicht ob sich das jetzt lohnt wenn ich da weiter baue also wenn ich ein Schiff baue und ich muss ein Portal zerstören ich weiß nicht ob ich das das weiß ich wirklich nicht ob ich da wirklich ein Portal zerstören muss aber ich versuche jetzt einfach mal das Schiff zu bauen zu langsam danke hier nimm mal drei Münzen jetzt kannst du auch ausbauen so das hier ne 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 nicht das hier ich will nicht wieder so einen Fehler machen ah das haben wir ja schon ausgebaut hier okay okay habt ihr ein paar Münzen für mich? habt ihr nicht ne? so dann bauen wir das mal langsam geht mal mein ganzes Gold aus hier ja zwei Münzen will ich behalten um ein paar Leute zu rekrutieren ja ein paar Ritter links wäre noch nicht schlecht wenn ich die hätte bis der hier ankommt oh danke oh hast du auch was oh danke danke mein Freund bis die hier zurück ankommen mache ich dann noch ein paar zwei Bugenschützen glaube ich wäre ja nicht schlecht wir brauchen immer mehr jede Nacht brauchen wir mehr ja gut ja schauen wir mal schauen wir mal was uns tolles erwartet denn ich weiß nicht ob wir diesmal wieder so früh fertig werden mit dem Boot wie in der letzten Insel ach hast du Kohle für uns? ja hat er du auch du auch und wenn ich so viel und du? ja du auch und hier? was geht hier so tolles ab? willst du mit? komm ich hoffe der schafft es rechtzeitig beeil dich Freundchen weil wenn die Monster kommen kommt ihr oder? hallo ich gehe einfach mal zurück lohnt es sich jetzt nicht hier meine Münzen zu riskieren ah guck mal hier der komm aber schnell ja beweg dich oh verdammt 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 das war schafft er das? schafft der Typ das? ne schafft er nicht ja die haben keine Chance tot so ich gehe mal schnell wieder rekrutieren wo ist der? hier so habe ich eine Münze verloren egal egal die bekomme ich wieder ah hier von dem hier danke ah jetzt muss ich wieder so latschen man ja ein Ritter links wäre noch nicht wäre nicht so schlecht ne wenn ich so ein Ritter links hätte oh ich glaube jetzt ist wieder Vollmond nächste Nacht also blutiger Vollmond deshalb wäre es nicht schlecht unsere Bogenschützen zu buffen komm mit du willst Arbeit? bekommst du hier einmal hast du Geld? ja hat er so schauen wir mal habt ihr ein bisschen Geld für mich? habt ihr was? nix habt ihr? manchmal hier ein bisschen weiter und wir buffen mal wieder unsere Boogies wenn es geht bin mir nicht sicher also ich versuch's okay friss mal was okay können wir buffen ja buffen ist immer gut jetzt sind die nämlich doppelt so stark okay ich weiß jetzt nicht ob es der dritte Vollmond ist ich hoffe jetzt kommen nicht diese fetten Monster auf die habe ich nämlich keine Lust die sterben so schwer danke oh ja 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 danke 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 lohnt sich doch hier was zu haben seht da auch wenn die zurücklaufen langsam produzieren die halt ihr Geld paar Bogenschützen so noch ein Ritter vielleicht die Ritter sind doch eigentlich nur zum Angreifen aber mach ich einfach ich weiß jetzt nicht ob die zur Verteidigung helfen hab ich noch einen Bauer ja hab ich ja und ihr könnt da wieder Bogenschützen werden zwei Minzen brauche ich zum rekrutieren hier der Typ hier komm es geht nach rechts danke es regnet sehr viel das bedeutet glaube ich wir haben bald eine Jahresänderung Jahreszeitänderung und wie schaut sie aus wurden wir angegriffen ne hier ist hier keiner doch da ist einer willst du mit? komm schnell aber oh 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 verdammt habe ich wieder umsonst geben die Münze der schafft es nicht schafft es nicht Mist 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 wieder eine Münze verloren kaputt und tschüss kommt da noch ein fetter Monster ein fetter ist nein gut du kommst mit Rehe ja andere Richtung andere Richtung danke Portal ist zu ist geschlossen ich rischiere sie jetzt einfach also ich weiß nicht ob ich das Portal da zerstören muss und Portal ist auch groß soll ich mal angreifen ich greife einfach mal an und was passiert weiß ich auch nicht ich versuch's jetzt einfach mal los Leute auf geht's ob das was gut ist wird weiß ich nicht aber okay ist ja nicht so weit ne und Portal ist auch geschlossen ja ist geschlossen kommt ich weiß jetzt nicht ob das klappt aber ich versuch's einfach ich hoffe Portal geht da nicht an oder so oh geht es an scheiße kommt 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 kaputt machen ja fast kaputt lasse ich noch ein paar lösen ja geschafft tatsächlich und was ist das jetzt hier was kann ich denn jetzt hier bauen mal schauen ich glaube jetzt von rechts werden wir nicht mehr angegriffen juhu ich glaube wir haben es geschafft Freunde wir haben dieses Level glaube ich überstanden was gibt's denn hier jetzt tolles rechts nix nix mehr ja rechts haben wir jetzt unsere Ruhe jetzt müssen wir nur noch links was machen mal schauen was es jetzt tolles hier gibt das sehe ich nämlich auch zum ersten mal ich habe zum ersten mal ein Portal geschafft juhu wenn wir das hier auch mal ausbauen kommen ja kommt der langsam habe ich glaube ich voll vor dem vollmond vor dem blutigen vollmond habe ich dieses brutal zerstört man bin ich gut da hab da wieder was gelernt ne so macht man das ja so langsam aber sicher komm 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 mein Freundchen komm wir haben jetzt kein Problem mehr von rechts wird uns niemand mehr angreifen nur noch von links wir können jetzt eigentlich alle nach links oh was ist das denn hier aha ah damit kann ich jetzt sehen ach so cool geht das auch schneller was denn hier habe ich nicht kapiert hä Moment mal kann ich das nochmal machen geht nicht egal möchten wir mal dann links auch zerstören das Portal vielleicht gibt es ja auch was tolles dort kann man wohl nur für eine begrenzte Anzahl an Sekunden machen habe blutigen vollmond scheint so so habt ihr ein paar Münzen ich muss das Schiff fertig bauen Leute wir wollen weiterziehen weil bis das Schiff ankommt dauert ein paar Jahre keine Ausdauer die ist nicht mehr da okay jetzt ist sie wieder da Rehe brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr wir haben ja genug Gold aber das ist ja nie zu schade naja er kann Bock die jetzt zu jagen das ist nervig oh danke 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 habt ihr auch was für mich hier wurde ich glaube ich angegriffen ja wurde ich ja komm friss was sollen wir es mal wagen hier anzugreifen ja machen wir einfach mal komm auf geht's Leute wir greifen an das Portal ist nur zu zwei Münzen habe ich um die Monster zu vertreiben ich hoffe das Portal ist wirklich geschlossen denn der Weg ist schon ganz schön weit bis dorthin und wenn es sich dann auch noch öffnet ja dann weiß ich auch nicht gut wenn ich die buffen könnte aber wo war das denn das war doch hier oder oh verdammt ist geöffnet das war keine gute Idee und die kommen auch schon hier kannst du haben das auch kommt Leute das schafft ihr doch oder nicht oh oh wieso geht er denn zurück Leute was soll das denn das geht sehr knapp das geht sehr knapp oh verdammt oh verdammt zerstört den doch greift den doch an hier oh verdammt habt ihr den gesehen habt ihr den gesehen verdammte Kackscheiße da kommt so ein fliegendes Monster raus oh 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 das ist nichts Gutes verdammt wenn ich das überlebe weiß ich auch nicht oh oh die kommen verdammt das bedeutet nichts Gutes Leute ich glaube jetzt haben wir vorrottigen Vollblutmond und ja das war ein kleiner Fehler den ich gemacht habe das muss ich zugeben wenn das wird jetzt ziemlich schwer wie soll ich jetzt links verteidigen ich habe alle meine Einheiten verloren naja muss ich die alle wieder einstellen irgendwie Bogenschützen Bogenschützen alle nach links bitte und wie schaut es aus hier kommen die überhaupt oder ja da kommt einer total lahmarschig das war mal nichts da kommt noch einer wo kommen die denn so lahmarschig was ist denn mit denen los die kommen langsam keine ahnung was mit denen passiert ist die kommen sehr langsam es ist Zeit zurück zu gehen Leute es ist wieder hell ja wollt ihr nicht zurück kapiere ich gerade nicht aber ok geht doch jetzt kommt keiner mehr oder so das wichtigste ist jetzt unser Boot zu bauen und irgendwelche Leute verloren ich glaube schon ich glaube schon ja viele sogar ja ich habe jetzt kein Geld um die alle wieder zu bekommen ach Mist war ich zu voreilig ja baut mal hier weiter ok ok Leute wisst ihr was das war es dann erstmal für diese Folge ich hoffe es hat euch gefallen und in der nächsten Folge schauen wir dann mal ja wie wir unser Boot fertig bekommen und wir links auch verteidigen können weil wir rechts kein Problem mehr haben ok gut das war es dann vielen Dank fürs einschalten fürs dabei sein und bis zum nächsten mal euer Almorema tschüss bis zum nächsten